Wie viel Quadratmeter braucht ein Zuhause? Wie viel Quadratmeter braucht Musik? Um sich zu wagen, noch etwas in dir hinterm Stein. Wie viel Raum braucht Gemeinschaft? Im Sommer 2017 ist im Bauhaus Campus Berlin eine außergewöhnliche Schule entstanden. Eine Schule, die gerade mal zehn Quadratmeter groß ist. Eine Schule, die keine Schule ist, sondern ein Raum für Möglichkeiten. Wie viel Quadratmeter braucht Wissen? In diesem Raum haben wir uns viele Fragen gestellt. Wie viel Quadratmeter braucht Austausch? Verschüchtert und scheut läuft das Glück vor neun an die Haustür. Und trifft auch den skeptischen Zyniker in mir. Wie viel Raum braucht Anerkennung? In der Tiny House Design School wurden viele Geschichten erzählt. Es wurden viele Geschichten geschrieben. Doch es gibt eine Geschichte, die ist bislang noch nicht erzählt worden. Und diese Geschichte geht so. Wie viel Quadratmeter braucht man als Kind von Zyniker. Wir leben in einer Schule. Wir leben in der Schule. Wir leben in einer Schule und spielen in der Schule. Das war's für heute. Guten Tag. Hallo. Hallo. Das ist die Geschichte von Buscheib, die Buscheib-Story. Die Buscheib, die Buscheib-Story, die Buscheib-Story, die Buscheib-Story und die Buscheib-Story. Die Buscheib-Story, die Buscheib-Story, die Buscheib-Story. 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 Die Buscheib-Story, die Berцоim-Story, die Buscheib-Story, die Buscheib-Story. Das Licht als correspondence-inger granted die Buschebei-Story. Wir haben die Zeit, die wir in den Tag haben. Wir haben sie zurück, um sie zu sehen, um sie zu sehen. Wir haben sie nicht mehr auf den Tag gefeiert. Wir haben die Nacht gefeiert. Wir waren die Nacht, die wir in den Tag haben. Wir haben die kleine Räume, die wir in den Tag haben. Und wir haben die Kinder. Die Nacht war es ungefähr die Nacht. Wir haben die ganze Nacht gefeiert. Und nach diesem Tag, in zehn Tagen, wir haben uns in den Bauhaus gekommen. Eine Woche bis zehn Tage danach, haben wir den Bauhaus-Kompost gemacht. Das war's. . 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 Und wie wir uns mit uns beschäftigen. Und wie wir uns mit uns beschäftigen. Also, es war ein paar Tage lang. Aber wir haben uns gehört, dass wir alle vier Menschen mit uns beschäftigen. Und ein Tag, ein Tag von den Tag, der Maik war, Da habe ich mich mit dem Mann mit dem Mann aus dem Mann und der Mann aus dem Mann. Er sagte, ich habe mich und ich habe mich mit dem Mann und ich habe die Kuhzina gemacht. Und ich habe mich mit dem Mann ausprobiert, dass wir ihn in der 4.5 Jahre später leben müssen. Wir leben in der 4.5 Jahre. Es ist ein Platz, ich bin hier. Ich bin heute Abend, um hier zu kommen, weil ich hier bin. Das ist sehr schön. Ich habe es gut gemacht. Sonntags. Sonntags hier. In dieser Zeit. Ich hoffe, dass wir hier im Jahr oder im Jahr oder im Jahr sind. Ich hoffe, dass wir hier sind. Ich hoffe, dass wir hier sind. Ich hoffe, dass wir hier sind. Ich bin heute Morgen und ich bin ein paar Jahre alt. Wir sind heute in Norwegen. Ich bin damals in Norwegen. Wir haben viele Zeit, wo wir leben? Wir haben viele Jahre, wo wir leben? Wir leben in der Ausflation. Wir leben in der Ausflation. Wir leben in der Ausstrahlung. Wir wollen leben in Deutschland. Ich weiß, dass viele Menschen, die haben eine große Herausforderung, in Berlin, und sie haben viele Probleme, um in den Säken zu bekommen. Ich bin nicht mehr in die Stadt, sondern in den Stadtmädena, die in den Stadtmädena, die in den Stadtmädenaus und was auch noch. Ich bin immer noch in die Stadtmädenaus, in der Stadtmädenaus, in der Stadtmädenaus und die Stadtmädenaus. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Und klar, wenn es leichter ist, um sich zu wagen. Doch etwas in dir mit dem Stein, das Rollen macht Platz und verdient von mir. Ich gebe zu, es geht mir gut. Ich gebe zu, es geht mir gut.